Daki, bist du bereit zum Fahren? Aris, bist du auch bereit zum Fahren? Es geht jetzt endlich in den Urlaub. Jetzt hat es ein bisschen länger gedauert, aber jetzt ist es kurz nach neun und wir fahren jetzt los. So, also wir sind jetzt in der Nähe Braunschweig, da wo der Stefan wohnt. Und ja, wie lange sind wir jetzt schon mittlerweile unterwegs? Ich glaube seit 5 Stunden oder so, ich habe keine Ahnung, wir sind über 100 Kilometer gefahren. Und ja, langsam werde ich auch ziemlich müde. Naja, bis dahin! Guten Morgen, ihr Lieben! Na, habt ihr alle gut geschlafen? Also ich habe bloß so gute 3 Stunden geschlafen. Wir sind jetzt gerade nähe Hannover, haben wir hier am Netto Parkplatz übernachtet. Und jetzt gehen wir noch ein paar Meter mit den Hunden und dann geht es auch schon gleich wieder weiter. So ihr Lieben, jetzt bin ich gerade in der Stadt Hamburg angekommen. Darum hängt mein Bild in Masimotos Mamas Küche. Schreibt Gedichte, schreibt damit Geschichte. Jeder der mich diste, ist bereits Geschichte. Alter, ich kam schon mit K2 und Hammerhahn. Als ihr noch irgendwo im Sack von eurem Vater wart. Der Veteran von der Repo-Bahn. Mein Pamu kommt an mir, als wäre ich Uwe Seelermann. Und die Sonnenbrille, sie ist am Start, Baby. Sie ist der Letzteres Privatsphäre. Und ich treffe mich jetzt mit der Danila. Es war eine richtige Spontanaktion. Und ja, ich freue mich schon eine richtig mega sie kennenzulernen. Wird bestimmt super werden. Bis dahin, Peace ihr Lieben! Hi ihr Lieben! Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich jetzt euch erzählen soll. Wie wunderschön das Wasser hier hinten ist. Na, Spaß für die Seite. Auf jeden Fall habe ich Danila jetzt kennengelernt. Hallo! Und sie ist eine coole Person. Und jetzt haben wir uns auch, oder du hast jetzt was Gutes zum Stück geholt. Ja, und wir quasseln jetzt einfach mal weiter. Und genießen jetzt die kurze Zeit miteinander. Weil bei mir geht es jetzt gleich wieder los. Also bis dahin, Peace! So, pünktlich zu 12 Uhr Mittagszeit gibt es jetzt natürlich was Leckeres zum Essen. Wir haben jetzt gerade Pause gemacht. Am Bierstensee nennt sich das hier. Und ich koche jetzt hier solche Fertigprodukte von Yukok. Und die schmecken wirklich sehr sehr lecker. Also für mich gibt es heute das Butter Chicken. Und für meinen Mann gibt es das Veggie Masala. Ist lustig. Mein Mann war früher ein Vegetarier. Mittlerweile isst er auch ein bisschen Hühnchen. Aber trotzdem bevorzugt er noch immer das vegetarische Essen. Gut. Also Mahlzeit, Leute. Okay. Willst du was essen? Ja. Schau mal. Ja fein. Ja prima. Mmh lecker. Ja prima. Mmh lecker. vielen Dank. Gianluca Ja. owane Ja. Alsjeblablest du ist, lieckerlstiffe und sch 250 adames. und sch 2010. Wunderig ist schon sehr viel da drin. Aber wir kommen noch nicht weit. Anfeinung sind nicht mit doin' sehrる, ein Gesetz. Ich kann das trimmer into. Tschüss. Wir sind endlich angekommen. Ich rieche die geile Meerluft. Es ist hier wirklich bombastisch, aber saubindig. Es gibt echt mega viele hier. Also eine komplett andere Welt. Neuer Tag, neues Glück. Der Lucky ist auch schon ausgeschlafen. So, ich trinke jetzt meinen leckeren Eishake. Und jetzt gehen wir gleich eine Hunde spazieren. Und hier im Hintergrund sieht man das schöne Meer. Da oben ist ein Naturreservat. Und da gehen wir auf jeden Fall kurz mit den Hunden hin. Und dann fahren wir auch schon wieder zu unserem nächsten See Hello. Und da gehen wir auf jeden Fall. Und da gehen wir auf jeden Fall. Und da gehen wir auf jeden Fall. Und wenn wir uns nicht ganz gut sind, dann gehör ich euch auf jeden Fall. You're my midnight star, you're my midnight star So it's alright, I'll be alright You're my midnight star, so when darkness comes I'll be alright, I'll be alright Mahlzeit, so, jetzt bin ich wieder am kochen Heute gibt es solche Veggie Crisps und dazu Rosmarinkartoffeln Mh, lecker! Und jetzt zeige ich euch eine schöne Aussicht beim Kochen I've been sittin' round just thinkin' bout me The times I could not get enough Cause you're never gonna You're never gonna let you leave If you'd just tell me you're not meant to be You're just scared You're breaking me I love it used to be a symphony Now it's bad But baby, 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 you've been Holdin' out just thinkin' bout when We were first fallin' in love Lady, 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 I've been Sittin' round just thinkin' bout when The times I could not get enough Cause you're never gonna Won't let you leave La la la, la- la, love me I'm gonna let you leave La la la, love me La la, 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 la thinking You're never gonna Movie scene Dark things I can leave But I will not chase you Everything Diamond rings Guten Morgen, bin gerade aufgestanden, bin noch in meinem Schlafanzug, mitten im Wald. Heute sind wir nämlich über Nacht geblieben, mitten in nirgendwo, wo gar nichts gut ist. Richtig cool, also ich finde es hier super. Wir würden hier auch gerne mal laufen wollen, so mitten im Wald, wo nichts ist und nur laute Wildtiere herrschen, die man auch die Nacht gehört hat. Also richtig cooles Feeling hier. So, jetzt kurz noch eine kleine Runde spazieren gehen und dann geht es schon auch wieder los zum nächsten Ort. Das wird aber auch eine längere Fahrt werden, weil wir jetzt dann nämlich gleich Schweden leider verlassen werden. Also bis dahin. Peace ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. La 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 Love Me La 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 Love Me Yeah, I'll never go